Hola, was geht, was geht, was geht, ein neues Video. Wir sind immer noch bei der Album Reaction von Jamule, Hot Girl Summer Tape. Wir sind beim vierten Song, Rakata, Nachbarschaft hatten wir ja als Musikvideo. Auch ein sehr guter Song, müssen wir nicht drüber reden, Rakata. Rakata, Rakata, Rakata. Irgendwo habe ich das Wort schon mal gehört. Ja, keine Ahnung, wir gehen rein, let's go. Alleine, wenn ich den Song schon wieder höre und zurückdenke, was wir für Videos gekriegt haben, also Musikvideos, die ich natürlich schon reaktet habe, mit Alemania, Nachbarschaft. Ich glaube, das war es schon. Hatte einen wirklich verschiedenen Sound, also diesen, wie habe ich das in einem Ding jetzt noch mal gesagt, in einem, in einer Reaction, diesen spanischen Sound mäßig. Alleine hier jetzt schon wieder. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Zeigt einfach so, Jamule, der kann auf alles drauf gehen. Guck dir zu, wie du in den Poolstablen. was ist das denn? was ist das denn? Junge, 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 also sehr, sehr geil, also wirklich so ein schöner, so ein schönes Song, wo du mit jemandem so geil zusammen tanzen kannst, auf Baschata-Ebene, Baschata, Baschata, ihr wisst, was ich meine, die, die das kennen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, weil da gibt's ja auch so viele Sachen, die das, die das falsch sagen und richtig sagen, aber auch egal, egal, Junge, sehr, 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 sehr geil bis jetzt. Du hast keine Augen für einen anderen Mann, Baby, wir haben gerade erst angefangen, du hast Temperament für die Favela, um mit dir zu spielen für... Dicka, was passiert hier? Erst dieser Rap-Part, wo du dir denkst, ja, okay, das ist Jamude, dann hört dieser Rap-Part einfach direkt auf, was wir ja auch kennen, aber ein bisschen zu schnell für Jamude, dann kommt so ein geiles Ding, wo du dir wieder denkst, ja, okay, komm her, wir tanzen jetzt und dann fängt das wieder an und so dieses ruhige und das ist so ein guter Dance-Song. Musik 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 Warte, was, 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 was hat er gesagt? Eine Nacht auf dem offenen Meer, kann das hier für immer sein, du fragst dich auf die Sphär Babygirl, ich hoffe so sehr, ich bin die Medizin für dein gebrochenes Herr Wir fahren langsam am Strand entlang, ein Blick reicht, ich bin in deinem Bann gefangen Junge, das hört sich so fucking schön an, ne? Ey, ich weiß nicht, warum mein Kopfkino so durchdreht, ne, bei dem Song, aber das ist halt wirklich so, ne, wie ich schon sagte, so So, das fängt so an, dieser Teil fängt so an und du, du siehst so eine Frau oder einen Typen, äh, oder einen Kerl Siehst den so, am besten so in so einem, in so einem, ja, ist der Sommerclub oder whatever, ne? Zack, hörst du den Song und du, ne, so wie, wie so ein Film Du siehst den, zack, gehst auf den zu, so, ne, und dann fängt dieser Song an Und dein Kopf rattert und dein Körper geht auf einmal von alleine los Und dann, genauso wie das hier passiert, so, geht aufeinander los, so, und dann wie der Beat sich aufbaut, wie der Song sich aufbaut So der Hook und dann tatschst du es zusammen Boah! Boah! Nicht schlecht, du, ey! Nicht schlecht, Alter Und mit nicht schlecht meine ich sehr, sehr geil Also, Real Talk, dass ich mal wieder, dass ich mal bei so einem Song, ne, direkt aus meinem Kopf anspringt und ich mir ein eigenes Video im Kopf vorstelle Das ist schon sehr lange her Das ist schon wirklich sehr lange her Boah! Also wirklich sehr, sehr geiler Song, so ein richtig Bisschen zur falschen Jahreszeit Ähm, höre ich mir das an Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist 21. September Ja, ja, okay, ich höre es halt wie viel zu spät Aber Es ist für den Sommer, es ist ein sehr, sehr geiles Teil Aber auf der anderen Seite, ne, muss man auch wieder sagen Es zeigt wieder, was Jamuda halt für den Können hat, ne? Er hat so einen geilen Sound, er hat so ein Auch die geile, so eine geile Stimme für solche Songs Also sehr, sehr geil Gefällt mir sehr gut Oh shit, man, was kommt da noch alles? Weil wir haben so, so geile Sounds bis jetzt gehabt So, ne, von wegen, okay, im Sommer zack so Dance-Dinger Ey, ich bin gespannt Ich hoffe, wir auch dann sehen wir uns da wieder Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag Verliert euer Lächeln nicht Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal Ciao, ciao